und damit liebe leute willkommen zurück zu dragon quest 11 wir sind jetzt hier angekommen in galopolis und wollen jetzt eigentlich zum sultan und wollen von ihm eigentlich wissen was jetzt hier genau los ist da ist ja noch was ich glaube das habe ich noch gar nicht erforscht in dieser raum neben zauberschlüssel öffnen wir die tür und wir haben jetzt hier schön sporen gibt es auch noch ein zeitwort eine mini medaille finden wir auch noch wunderbar was will man mehr talent samen 2000 goldmünzen 1 2 zauberei hokus fokus starb hokus hut und anti edge anzug okay kann ich nicht reden das ist einfach nur so ein bisschen tickling an der nähe war so dann gehen wir doch jetzt mal hoch wieder oder mal gucken was uns der sultan zu berichten hat bin ja ganz gespannt neugierig wie auch immer so können jetzt hier wieder alles durchsuchen aber ich denke mal wir wollen direkt hoch zum sultan und hier wartet schon jemand mein boy please your reckless heroics will get you killed fear not father i will take all necessary precautions by the time i return the mystery of the star will be solved and galopolis will be saved da so Und du? Danke, wieder einmal, für alles, was du für mein Kind hast. Ich... Was in der Namen der... Surely, das kann nicht sein! Es ist schon lange, eh, Ihre Majestät? Years, in fact. Ich habe dich nicht seit dem Köln der König, und dem Verlust, der folgt. Herr Robert, bitte, du musst hören. Was wir über den Luminarii erzählten, ist falsch. Er ist nicht die Schmerz der Schmerz, nachher. Wir waren alle von den König Karnelian verletzten. Wir haben die Welt verletzten. Wir haben diesen Verlust auf uns selbst gebracht. Oh, komm, Ihre Majestät. Wir können gar nicht verletzten. Das ist Mordigan's. Er ist derjenige König Karnelian. Er ist derjenige König Karnelian. Er hat all diesen Chaos verletzten. Das ist auf ihn, und niemand anderes. Ignorieren, Robert. Jetzt, hör mal. Wir müssen uns über die Starre sprechen. Wenn Erdwin's Lantern weitergeht, dann Galopolis ist es geschafft. Was wissen Sie daran? Was wissen Sie daran? Ich habe gehört, dass eine Barriere über die Lantern, wenn es etwas geschrieben ist. Was Ihr Mann sicher? Er ist sicher? Er ist sicher. In Wahrheit, er hat einen unserer Our most learned scholars to the celestial suns... ...in order to investigate the ruins more closely. It is there that we believe the star will make its landing. I see... We reckon we'd better go and take a good look at these ruins ourselves, eh? Shall we head out after the prince? It would put my mind at ease if you would, lord Robert. die du hast ich will instrukt mit du die check point journey so mal wieder soll man den prinzen hier beschützen oh mein Gott der kriegt doch eh wieder nichts Es gibt Acken. Da müssen wir doch eh wieder eben den Hintern retten. Und ach, ja. Wir wissen ja schon, wie das Ganze abläuft. So. Aber, 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 aber. Aber, aber, wir haben ja jetzt die Möglichkeit wieder. Äh, ne, Minus war es, ne? Nein, Minus war es auch nicht. Verdammt. Dann war es Plus, genau. Äh, da, 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 da. Den Hokus-Fokus-Stab. Bringt den beiden gar nichts. Hokus. Gut, auch nicht. Anti-Edge-Anzug auch nicht. Das kann ich doch gar nicht herstellen. Einige Sachen kann man nicht kaufen. Die weiße Perle. Jawohl. Und Tiara, der Göttin. Oh. Damit könnte ich dir schon erheblich helfen. Das ist doch... Schmieden, ähm... Nein, 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 Finesse. Quadratkrach, aber das. Okay, wir machen da... Wir fangen erstmal gleich richtig an den Bleifachdrescher hier. Wir haben auch irgendwo mal Glück. Das ist ja nicht mal mehr ansatzweise irgendwas. Wow. Das war ja sowas von viel geschlagen. Äh, perfektionieren. Wo ist denn das Tiara? Tiara, der Göttin. Ja. Multi-Kracher. Ja. Mr. Kracher. So, dann machen wir jetzt hier den Dreifachdrescher. Das gibt's nicht. Wie soll ich denn das machen? Boah, das wird ja immer schlechter. Ja, super. Oh mein Gott. Habe ich irgendwas anscheinend noch nicht ganz verstanden. Ausrüstung. Aber egal. Wir gucken mal ganz kurz Serena. Ob wir den Gold dreifen gegen das, äh... Tiara, der Göttin. Ja, das ist trotzdem besser. Zwar nicht erheblich besser, aber es ist besser. Dann legen wir es doch mal lieber an. Und dann war ich am überlegen... Ne, komm. Die beiden kommen so bei. Äh... Begib dich zum Kontrollpunkt am Zugang zur Trabenten-Bandensande. Da vorne, okay. Nehmen wir natürlich unser Pferd mit. Nehmen wir die Tierknochen mit. Die reiten hier geschwind lang. Und Kontrollpunkt. No, 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 no. You agreed to do this. Come. We must move closer. We cannot hope to read the runes from here. But, Your Highness, I am sorry. It is too dangerous. I'm afraid I must refuse. Do you have a means of deciphering the symbols without entering the celestial sands? Well, no. But... Oh, Principu. Hello, darling. Long time no see. Silvando. What an unexpected pleasure. The Sultan said you were out here in the scary sands trying to read runes of a falling star. Guess you grew up to be quite the brave boy. I am simply doing my duty to my people. But what about you? What brings you to the sands? The same thing as you, Your Highness. We have come to investigate Erdwin's lantern. Sir Hendrik? The Sir Hendrik? Oh, the hero of Heliodor here in my kingdom! You know who I am, Your Highness? You know who I am, Your Highness? But of course! You are my hero! What do your words mean to me? Oh, thank you from the bottom of my heart! Sorry to butt in, Your Highness, but might I ask how your investigations are going? You were looking a wee bit frustrated back there when we arrived. Indeed, I was, old man. That fool of a scholar is too frightened to accompany me any further into the sands. I am not one for learning. The symbols will mean nothing to me, which leaves me in quite a predicament. Well, I think I might be able to help out there, if you'll allow me. You are some manner of wizened ancient? Excellent! I will be very much obliged. The ruins can be best seen from the ruins in the center of the sands. Meet me there! Not quite, but... It's a bit weird, but... It's a bit weird, if I can read a little bit about our experiences. Um... Um... Oh, taking a nap, Prinzi-Poo! And there was me thinking you'd come to investigate the Lantern. Truly, it is even more magnificent when one lies directly beneath it. How many can say that they have seen such glories up close? You're a special one, darling. Don't go changing. What are these ruins, anyway? And how come they're out here all on their own in the middle of the desert? Huh? Oh, they have been here forever. Since the age of our grandfathers' grandfathers. Or some such nonsense. They were built for something very important. I just know it. Ooh! Maybe some kind of stage! What a place to perform! Can you imagine? You weren't wrong about the ruins, your highness. I can definitely see some on the side of the lantern. Let's take a closer look, shall we? Yeah! The night of the lantern Was hat es mit dem Tickling da auf sich? Ich glaube, zu dem soll ich nämlich. Du kannst mich sehen? Das heißt, du hast geblieben. Du kannst mich geben. Was ist passiert? Was ist passiert? Der Lantern! Uh-oh. Es fällt! Es fällt! Es fällt! Es fällt! Es fällt! Wir werden uns zacken! Herr Robert! Es ist nicht sicher hier! Wir müssen zurückkommen! Oh, gib mir einen Moment, bitte? Ich denke, ich kann herausfinden, was die Runen sagen. Es fällt! Ka-las! Was? Bitte, Herr Robert! Es ist zu gefährlich! W-w-w-what ist das? W-w-what ist das? W-w-what ist das? W-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w Jetzt will niemand mich beantworten. Dieser Welt ist meine, und meine alleine! War das... die Sword of Shadows? Die Lantern... hat sie geschehen. Die Star wurde für Erdwin genannt, aber... Kann such an ominous Phänomenon truly be the work of heroes? Was the foul creature wielding the sword not... That was no foul creature, Sir Hendrik! That was the savior of Gallopolis! He spared us all from the falling star! The kingdom is saved! My people will surely thank me when I bring them the good tidings! I must return to the city and spread the news! Come and find me at the palace if you need me! Yes! Kalasmas... What could that mean? Why don't we go ask the sultan? It's his kingdom, maybe he knows something! I... Hmm... Er spricht nicht mit mir. Schade. Schade. Ach, dann machen wir es noch einfacher. Und gehen so nach Galopolis. Was ist denn? Statt Galopolis. Schnell mal teleportiert. Checker. Und schon sind sie wieder alle glücklich Und fröhlich und was weiß ich nicht Obwohl es immer noch alles so grau aussieht Und nicht mehr so freundlich wie vorher Oh mein Gott Hier haben wir ein Temperament Oder eine Einstellung Nun gut, aber wie es weiter geht Das erfahrt ihr dann natürlich erst im nächsten Part Ich bedanke mich ganz herzlich Bis zum nächsten Mal und ich bin euer Torhort Rhein Tschö tschö